Moin Leute, wie sind wir wieder unterwegs in der Sparkasse zu Lübeck, heute im Immobiliencenter, denn für heute haben wir den Geheimtipp für euch. Wer kennt es nicht, man guckt sich eine Immobilie an und man sieht den Garten, denkt sich, da pflanze ich einen Baum hin, da kommt ein Pool hin, meine Kinder spielen da. Vor eurem geistigen Auge schon hier will ich alt werden, das ist wirklich eure Traumimmobilie. Ja, wie geht es normalerweise weiter? Ab zur Bank, Finanzierung klären und dann ruft der Typ an und sagt, ist schon weg. Ja, damit euch das nicht mehr passiert, hat sich die Sparkasse zu Lübeck was richtig Gutes ausgedacht und das hören wir uns jetzt mal an. Moin, wir wollen ein Haus kaufen. Mit Pool. So, jetzt haben wir ein bisschen Fachkompetenz hier. Wohlen das Carina, hi, grüß dich. Hi. Immobilienfinanzierungsexpertin hier und die wird uns jetzt mal zeigen, wie uns das nicht passieren kann mit dem Haus. Genau, dafür braucht ihr den Mein-Lübecker-Heimvorteil. Wow. Das ist ein Zertifikat, das ihr direkt mit zur Besichtigung nehmen könnt. Da steht nämlich der Rahmen drauf, den wir für euch finanzieren würden und somit könntet ihr direkt den Zuschlag bekommen. Ah, cool. Ja, das ist doch gut, weil dann kannst du direkt hin und sagen, das Haus will ich haben hier, die Bank gibt mir Geld. Hand drauf, oder? Genau, so funktioniert es. Also eigentlich müsst ihr nichts anderes tun, als einen Termin bei uns vereinbaren, bei unseren Finanzierungsberatern hier vor Ort. Muss ich da Kunde sein oder geht das auch für jeden? Also für Neukunden, für Nicht-Kunden der Sparkasse, aber auch natürlich für unsere Sparkassenkunden bieten wir diesen Service an. Das heißt, ihr kommt zum sogenannten Perspektivgespräch, lasst euch beraten, wie viel Immobilie könnt ihr euch leisten und dann bekommt ihr direkt in dem Termin kostenlos dieses Zertifikat, was ein halbes Jahr gültig ist. Ja, cool. Also steht alles drauf hier und es ist dann aber auch egal, ob ich mir ein Haus, ein Hausboot, eine Wohnung finanzieren möchte oder ein Leuchtturm. Ist prinzipiell egal, weil diese Finanzierungsbestätigung objektunabhängig ist. Wenn ihr natürlich dann die richtige Immobilie gefunden habt, dann geht es nochmal ins richtige Gespräch. Man weiß ja auch nicht, wer hat das in Bar in der Tasche oder weil das Geld. Und ja, wer hat schon irgendwie ein finanzierungsgespräch mit seiner Bank geführt und in dem Moment so schnell dann irgendwie eine Finanzierungsbestätigung zu erwirken, ist meist auch schwierig. Ja, mega. Also gehe ich quasi hin, sage, Haus gefällt mir, Bank gibt mir 350.000 Euro, Hand drauf ist mein Haus. Ja, Leute, das braucht man. Wenn ihr ein Haus haben wollt oder eine Wohnung kaufen wollt, dann braucht ihr so ein Ding, damit wir das euch nicht wegschnappen. Ja, da liegt ja schon statt, aber hat ein anderer Name drauf. Das ist egal. Ja, danke dir. Astreiner Tipp, den wir hier bekommen haben. Wir gehen jetzt ein Haus kaufen. Das war doch cool. Wo kommt er schon wieder her? Ich habe uns einen Heimvorteil verschafft. Du meinst, Max hast du einen Heimvorteil geschafft. Ja, Mega-Zertifikat, mein liebiger Heimvorteil. Kostenlos, schnell, objektunabhängig. Damit könnt ihr direkt auf Shopping-Tour gehen. Was würden wir jetzt auch machen werden? Grimm-Party. Cool.